Die Fraktion hat das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass heute Abend bei dieser wichtigen Debatte der Bundeswirtschaftsminister anwesend ist. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Peter Altmaier noch keiner tourismuspolitischen Debatte in der gesamten Legislaturperiode teilgenommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Tourismuswirtschaft ist in ihrer schwierigsten Krise der Geschichte. Da kann man doch auch erwarten, dass ein Wirtschaftsminister sich für die Belange der Branche einsetzt, dass er sich für sich stark macht und nicht eben durch Abwesenheit und Desinteresse glänzt. Das geht so wirklich nicht. Wut, Verzweiflung, Trauer. Das Gastgewerbe kämpft ums Überleben. Betriebe sind keine Garagen, die man einfach mal so zusperrt. Hausverbot für Merkel, Scholz und Co. Die Schlagzeilen der vergangenen Tage spiegeln, glaube ich, sehr gut die Stimmung in einer der wichtigsten Branchen Deutschlands wieder. Über 240.000 Hotels, Restaurants, Kaffees und Bars werden von der GroKo nun in einer Hauruck-Aktion flächendeckend und pauschal für vier Wochen zugesperrt. Eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen in Deutschland, meine Damen und Herren, eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen in Deutschland wird einfach mal so zum verzichtbaren Vergnügen degradiert. Ich finde, das ist eine Politik gegenüber Millionen von Leistungsträgern, die so nicht in Ordnung ist. Das ist respektlos, das ist ungerecht, und das muss an dieser Stelle mal ganz klar gesagt werden. Fakt ist, das Gastgewerbe ist kein Pandemietreiber. Nur ein Bruchteil der bestätigten Infektionen finden in Hotels oder Gastronomiebetrieben statt. Im privaten Bereich ist es ein Vielfaches mehr. Wieso werden also Restaurants und Hotels geschlossen? Das versteht niemand. Die Branche ist, das ist auch Fakt, hat ihre Hausaufgaben gemacht über den Sommer und mit unglaublich viel Zeit, Energie und Geld die Betriebepandemie festgemacht. Die Große Koalition hingegen hat den Sommer in Sachen Krisenmanagement verpennt, und nun müssen 2,3 Millionen Beschäftigte in diesem Land dafür genau die Zeche zahlen. So können wir aus meiner Sicht, aus der Sicht meiner Fraktion, eben nicht mit den besten Gastgebern dieser Welt umgehen. Sie haben unsere Wertschätzung, Sie haben unsere Unterstützung verdient. Der seit Montag geltende Branchen-Shutdown ist genau das Gegenteil davon. Und das macht nicht nur mich, sondern viele Menschen draußen fassungslos und wütend. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, wir brauchen endlich, und das beantragen wir heute als FDP, einen klugen Pandemieplan und eben keine pauschalen, flächendeckenden Schließungen. Da müssen Sie gar nicht so rummäckern. Das ist doch die Wahrheit. Wir brauchen ein differenziertes Vorgehen und keine Pauschalität. Das Ziel der Freien Demokraten ist es, möglichst allen Betrieben durch diese schwere Krise zu helfen. Dazu haben wir in unserem Antrag, der Ihnen vorliegt, eine ganze Reihe von Punkten aufgeführt. Lassen Sie mich drei Aspekte herausgreifen. Erstens. Planungssicherheit ist das Gebot der Stunde. Die FDP fordert diese Bundesregierung auf, noch in den nächsten Tagen verbindlich zu sagen, was ab dem 1. Dezember möglich ist und ob der Betrieb wieder voll losgeht. Gibt es ein Weihnachtsgeschäft? Ja oder nein? Wir brauchen endlich Klarheit und keine weitere Hängepartie. Zweitens. Die Betriebe brauchen im November schnelle Hilfe. Peter Altmaier spricht am Montag im Fernsehen noch davon, dass man alles versuchen werde, dass noch ein bisschen Geld in diesem Monat fließen solle. Wer Hotels und Restaurants aktionistisch schließt, sollte vorab wenigstens alle wichtigen Punkte klären und einen reibungslosen Ablauf bei den Hilfen garantieren. Das ist ein Gebot des politischen Respekts und des Umgangs mit einer wichtigen Branche. Deswegen brauchen wir jetzt auch Abschlagszahlungen in diesem Monat, damit der Betrieb eben im Dezember hoffentlich wieder weitergehen kann. Und drittens, meine Damen und Herren, die für ein Jahr beschlossene Mehrwertsteuerreduzierung auf Speisen, ja, die greift viel zu kurz. Eine Steuersenkung auf einen Bruchteil des Vorjahresumsatzes. Und viele Betriebe werden im November gar keinen Umsatz machen. Das ist keine wirkliche Hilfe. Wir wollen eine Vereinheitlichung haben im Rahmen einer großen Steuerreform. Das wäre ein wichtiges und notwendiges Signal an die Branche. Der Präsident hat mir einen freundlichen Hinweis gegeben. Ich will noch mal dafür werben, dass wir jetzt keine Zeit für parteitaktische Spielchen haben. Wir haben viele, viele gute Ideen in diesen Antrag reingeschrieben, mit denen wir gemeinsam mit den Betrieben durch diese Krise gehen können. Deswegen bitte ich Sie im Namen der Branche heute um Zustimmung. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Klinger. Nächster Redner ist der Kollege Paul Leer in der CDU-CSU-Fraktion. Ganz langer Moment bitte. Wenn junge Dame...